Hallo, hallo! Wer ruft da an? Wer ruft da an, Jasper? Hallo, hallo! Musik! Wer ruft da an, Jasper? Geh mal ins Telefon, es hat geklärt. Alles umgeschmissen. Baut's! Musik! 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 Ja, ist ganz leer, ne? Sollte Mama das mal nachfüllen gleich? Was ist in der Kiste drin? Aber nicht alles rausschmeißen, Jasper. Das haben wir gerade ein bisschen reingeräumt. Oh, Jasper, räum mal wieder ein. Räum mal wieder ein, die Kiste. Ja, Jasper, nicht alles rausschmeißen. Räum mal wieder ein. Räum mal wieder ein. Räum mal wieder ein. Oh, oh, jetzt wird auf die Kiste gestiegen. Ja, Mäuschen, das ist das Radio, ne? Ist das das Radio? Schatzi, Jasper, sag mal winke, winke. Hallo, winke, winke. Hallo, press the little bear button and play with me. Okay, Jasper, ich glaube, jetzt mal mal aufzufilmen, ne? Machst du noch einmal winke, winke? Winke, winke, mein Schatz. Jasper, sag mal bye-bye. Jasper? Jasper? Bye-bye. Sag mal bye-bye. Jasper? Bye-bye. 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 Okay. Dann sagen wir jetzt einfach so Tschüss. Jasper. Jasper, guck doch noch einmal in die Kamera. Bye-bye. Bye-bye. Jasper? Jasper. Ach, zu beschäftigt. Okay, das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Oh, bird.